Stellen Sie sich Ihre Immobilie als Oase herrlicher Lebensqualität vor. Eine Verbindung aus innovativen Wohnen und umweltschonender Energieversorgung. Wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten, Ihnen effiziente Ideen vorstellen. Nehmen wir zum Beispiel unseren Erdkern. Über 6000 Grad herrschen hier. Teile dieser natürlichen Energie können in Ihre vier Wände fließen. Wie? Indem wir auf die Restwärme nahe der Oberfläche zurückgreifen. Dort herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von etwa 10 Grad. Überträgt man diese Wärme in ein kaltes Nahwärmenetz, sorgt die Wärmepumpe rund ums Jahr für ein ideales Raumklima. Kuschelige Wärme im Winter und einen umweltfreundlichen Kühlungseffekt im Sommer. Durch diesen nachhaltigen Prozess benötigen Sie keine fossilen Brennstoffe. Sie schaffen planbare Kosten und sorgen für ein besseres Klima. Ihre gewonnene Energie lässt sich außerdem mit unseren effizienten Add-ons verbinden. Smart Home-Funktionen tragen dazu bei, dass Energieverbrauch und Lifestyle Hand in Hand gehen. Sie können alles manuell bedienen oder das Smart Home installieren, um somit Ihr Zuhause nach Ihren Bedürfnissen zu automatisieren und von überall aus zu steuern. Smart Home-Technik erhöht Ihre Sicherheit. Sie schützt die Bewohner und setzt Sie darüber in Kenntnis, was zu Hause gerade passiert. Oder was vielleicht eher nicht passieren sollte. Je mehr Aufgaben Ihr Smart Home für Sie übernimmt, umso mehr können Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Nachhaltig wohnen und Komfort genießen. Hierbei unterstützen wir Sie. Für die Gegenwart und für die Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017